Bonusheft. Was ist das Bonusheft? Das Bonusheft gibt es schon seit 1989. Es ist in jeder Zahnarztpraxis erhältlich. Es lohnt sich aus zwei Gründen. Es erinnert zum einen den Patienten daran, wann er das letzte Mal einen Kontrolltermin beim Zahnarzt hatte und so auch, wann er einen neuen vereimern sollte. Zahn- und Munderkrankung kann so frühzeitig entgegengewirkt werden und die Gesunderhaltung der Zähne wird gefördert. Der regelmäßige Kontrolltermin beim Zahnarzt sollte daher immer eingehalten werden. Nach erfolgtem Termin erhält der Patient einen Stempel in seinem Bonusheft. Der zweite Grund ist das Einsparen von barem Geld. Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse, die ein Bonusheft führen, nutzen es als Nachweis für die Krankenkasse. Sie legen es dort vor, wenn zuzahlungspflichtige Zahnbehandlungen anstehen. Die Krankenkassen zahlen bei regelmäßig eingehaltenen Kontrollterminen gestaffelt nach der Anzahl der Jahre erhöhte Zuschüsse zusätzlich zu den normalen Krankenkassenzuschüssen.